Wir präsentieren die Dinge, die in diesem Jahr nicht klar gehen Zum Beispiel Mädchen, die nach ihrem Abi nach Australien gehen Oder Opfer, die mit ihrer Ex befreundet sind Und Rasterlocken tragen, einfach weil sie räudig sind Ganz besonders wenig kann ich solche Typen leiden Die ihr Abitur auf dem ersten Bildungsweg erreichen Des Weiteren werde ich niemals Toys hofieren Die in irgendeiner Weise Coca-Cola boykottieren Sich im F ein, immer noch politisch engagieren Kompromissbereit sein und andere Meinungen tolerieren Das sind alles Dinge, die wir gänzlich satt haben So wie Fotzen ihre Kartenmütze auf halb acht tragen Engländer und sogenannte Menschen aus Spanien, die Fusion Denn alle Hippie-Huren-Söhne-Fahnen sind No-Gos Von denen unsere Lieder handeln So wie ernsthaft sich fürchten vor dem Klimawandel So wie ernsthaft immer noch mit Hip-Hop Boogie Down sein Oder Schwucht, wenn die sagen Ich lad mir heute eine Frau ein Never! Wählen gehen ist auch nicht, sondern nicht clever Zivilcourage nein, denn weggucken ist besser Gehst Einzelkämpfen aus dem Weg und bist darauf noch sehr stolz Und hältst den Karneval der Kulturen für kulturell wertvoll? Yeah, MC Bomber, der Hip-Hop-Vermittler Kinder, sag mal, wer hat eigentlich Angst vor? Pssst! Ey, das ist ja echt nicht so, dass ich kein Stinkstiefel bin Aber wenn das alles solle Arschlöcher sind, Basti Ich sage dir, ey, hör mir auf Mach den Beat aus, Mann Yo, vielen Dank an Exzess Wer zum Teufel warnt? Wer ist dieses miese Kommischwein? Dieser Hobby-Arschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen? Ist ja wunderbar! Ich werde euch schinken, bis ihr am Verraten seid! Ich schicke euch, bis euch Butter mich aus dem Arsch noch läuft! Waren Sie das, ihr heutiger kleiner Ficker? Na, das ist ja toll! Ich befunkele Sie aufrechtlich Sie gefallen mir Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester!